Gehen anbüllen, gut! Sauber! Danke, bis jetzt fertig. Möchtest du noch einmal, oder? Jawohl! Es ist immer so lange gebraucht. Soll ich rausgehen? Soll ich rausgehen? Brauchst du mir nichts machen? 18 und die Bierflaschen 20. Nein, da nehmen wir die, da tun wir nichts. Da machen wir keine Experimente. Ich bin eben in Daniel einmal gegangen, oder? Der hat immer gesagt, du willst keinen 16er. Nein, verstehe ich nicht. 16 Punkte. Nein, ich habe jetzt nur erfahren. Buhlenblatt vom Socken. Aufmermarsch! Passt! Aha! Aufstehen würde er so müssen, oder? Hast du dir gesagt? Nein, ich halte mir das schneller. Hier ist mit drei. Ja. Wo ist ein Freundesgesicht? Ja. 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 Ba. Ja. Ja. Okay. Ja. analys. Ja. Prost. Sehe ich Leicheln, da bist du gefilmt. Kannst du meinen Spruch gar nicht mit Glick? Nein, immer mit dem Flirn. Machen aber, ich habe nichts gefühlt. Der ist furchtbar, der Mann. Dann schieß ich, ich habe es auch geschafft und ich habe es sogar getroffen. Du weiter, der Film läuft nicht weg. Der Film läuft nicht weg. Na, siehst du das? Siehst du ein Tuch? Auf dem Wandband. Der steckt. Danke. Danke, mein Schatz. Wie gekräftigt, dass wir hier sind. Die Wurst, da müsst ihr hinten aussehen. Die Wurst, da müsst ihr hinten aussehen. Die Wurst, da müsst ihr hinten aussehen. Die Wurst, da müsst ihr aufnehmen. Das war sch... Ja, das war sch... Ja, das war sch... Na, 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 na... Ich muss da filmen. Die Patrie geht aus. Die Cornelia? Passt einmal um. Halt, geh mal her und stampen. Ist der Arisch? Wieso? Wie haben wir einen Schuss? Ja, ich hab nur zwei, weißt du das? Jetzt ist schon was. Ja, ich hab mal... Die Spinnerin. Und unten, unten, den einen. Die schaut doch schon her. Und unten drüber, oder? Ich bin so... Jetzt darfst du das Krokodil nehmen. Stolz erfolgt. Jetzt. Hey, glaube ich, das glaube ich alles nicht. Das musst du doch nicht nachmachen. Das glaube ich alles nicht. Nein. Ja. Wir sind nachdem durch. Ich schau her. Ich schau her. Ist das da der Band genommen? Aber nicht gut. Das hätte ich hier riskiert. Das bringt es dir auch gut zusammen. so wie ja, das ist alles ist circa zu überstehen Siehst du den Gaudi Schuss? Ja, den mit der Tänks nicht, mit der Orenbrust Applaus 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 Er schaue mal hier noch Siehst du die Wülle? Ja, die Wülle Applaus 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 Ein zweiter Applaus ist Walter Uphiara. Ein erster Applaus ist Cornelia Schautau. Ein erster Applaus ist ein erster Applaus. Zweiter Platz. Walter Uphiara Bravo! Ernst der Block, Karl Benz. Bravo! Ja, weh!